Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit Minikabin. Tag 28, 11 Uhr Novart. Also heute ist Horde angesagt. Wir haben aber noch einige zu tun. Also Munition ist schon mal in der Mache. Also zusätzliche Schrutzen-Munition. Aber ich muss auch hier auch noch schnell mal kurz nachreparieren. Und Spikes. Genau. Spikes müssen auch noch gesetzt werden. Aber dann sind wir durch. Dann haben wir bloß noch hier auszuharren. Genau. Die Sache auszusitzen. Bis es losgeht. Na denn? Ne, das geht noch nicht. Ich brauche ja auch noch Stahl. Ohne Stahl nix da. Ne, Stahl doch nicht. Eisen. Eisenbarren. Das wird schon reichen. So, wie gesagt. Och ey, nicht jetzt. Du bist viel zu früh. Da können wir gleich mal testen, ob das so funktioniert, wie ich mir denke. Also sie ist schon mal reingefallen. In den Mixer. Wird es ja schon mal ganz gut. Aber ihr blieb ja auch nicht die, äh, keine andere Wahl so rum. Jetzt sieht es so aus, als ob unser Mixer funktioniert. Holy shit, ist das laut. Na gut, wa? Wird ja auch jetzt so viermal rumgeballert, wa? Später denn fünfmal. Na, das kann ja was werden. Das klingt nach Spiel, Spaß und Schokolade. Schön, schön. Das gefällt den Kamin. Das gefällt den Kamin nicht. Ich kenn mich doch. In Eifer des Gefechts. Blum. Ist der Kamin im Loch. Und bei Kling, äh, ist... Nein, das ist im Spiel ein Kamin. Ich war mir jetzt gar nicht so sicher. Ist das jetzt hier, oder ist das jetzt so... Ja, es ist im Spiel. Aber gut zu wissen. Das war Nr. 1. Oh, das ist ja nicht so doll angeknackst. Ist gar nicht so doll angeknackst, ne? So, dann würd ich mal sagen, fangen wir mal... Ach, kann ich ja oben machen. Schockenderweise. Dit ist ja schockierend. Ja, ein schöner Ramponiert. Gut, ich hatte ja auch bloß die E-Teile repariert, ne? Ich glaube, das war das gewesen. Ich glaube, das war das, was ich gemacht hab. Aber dann hab ich mir gedacht, das reicht. So, jetzt den noch da unten. Und dann sind wir hier durch. Ah, ich hab ja noch ja keine unten hingesetzt. Oh. Rein theoretisch werdet ja machbar. Also, ihr kaltet jetzt gerade für diese Sekunde, für eine gute Idee. Muss aber erstmal gucken, wie das mit dem Strom aussehen tut. Ähm. Naja, gut, wa? Wie sag ich immer so schön? Probieren und studieren, ne? Vier Stück haben wir noch. Dit wird schon gut gehen. Aber ik mach dit jetzt erstmal an. Dad ik sehe, ob dit funktioniert oder funktioniert nicht. Benzin hab ik ja noch ein oder zwei da. Wo würd ich denn dit gerne hinstellen? Eigentlich bei nem Eingang. Aber dit haut nie hin. Aber ik könntet ja so machen. Ah, die werden dit auch gleich auseinander kloppen. Droni, äh. Was ist denn dit? Mensch, du alte Flitzpieper. Oder nee, dit ist eher de Gras, wa? Man, dit Ding ist aber auch empfindlich. Ja, gut, dit wird kaputt und so. Aber erstmal wird dit ja halten. Eh na, geht noch. Eh na, geht noch hin. Hey. Eh na, geht noch. Eh na, muss noch hin. Hey. Ach, was sollt's? Hallo, hör. Eh. Ich hoffe, dass dit nie zu viel ist. Des Juten. Ik muss trotzdem Abstand halten. Ah, gut, kan ik ja so lassen. Seeg dit, ob dit da oben hoch funktioniert. Ja, die laufen alle. Wahnsinn. So, jetzt muss ich dit erstmal halt ausschalten. Wenn ik da Spikes rinsetzen wil, dann sollte ik die ausmachen. Werden denn, kommen se mal bitte. Nee, wat is denn nu los? Man, ik hab gedacht, ik hab dich geleert. Wat hab ik mir dabei gedacht? So, äh, Inventar ist leer. Sachen worden hergestellt. Moment. Ach so, halt schon erwähnt, dass ik... Das sind 700. Ist doch richtig, ne? 700 Munition mäßig schrutze. Nee, doch nicht. Boah, ik hab gedacht, das... Wat hab ik mir dabei gedacht? Ich hab gedacht, das sind 100 immer. Ich hab mich jetzt gar nicht gefreut. Mann. Ich freu mich aber trotzdem. Weil, auch dat wird erstmal... Den Leuten ja schön zwicken. Äh, den Zombies. Und so fülle das hier ja nicht raus. Ah, hier ist ja noch wat. So. Halt. Du musst dit denn auch so machen. So, so. Dit waat. Alles bestückt. Na, is ja mal spitze. So, jetzt muss ik eigentlich dit nur aufwerten, wa? Ja, dat soll ik tun, weil dat ist ja hier die... Wenn die sich übereinander stapeln, also dat sollte eigentlich nicht passieren, aber... Erstens kommt dit anders und zweitens als man denkt. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Jo. So, da bin ik auch wieder. 21 Uhr. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Äh, ich bin jetzt soweit fertig. Ich hab jetzt, wie gesagt, Munition drinne. Ich hab jetzt die Knüften aufgewertet. Und da, seht ihr, ich hab noch ein paar Mods drin geschmissen, die ik mir selbst hergestellt hab. Ik bin jetzt an Material herstellen. Für eventuelle Durchbrüche. Jawohl. 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 Oben die Decke hab ik jetzt hochgewertet. Zwar erstmal auf Pflastersteinen, soweit wie geht. Sollte aber für Piepmätze reichen. Also, wat bleibt jetzt noch übrig? Genau, die Game Stage. Ich bin jetzt Level 177. Wat hab ik immer mit 177? Ich bin doch bloß 77. Und, äh, Game Stage sind wir jetzt auf 124. Ihr killt Zombies 2936. Wie gesagt, Permadeath 0. Weil wir sind ja bis jetzt neu gestorben. Das war's. Auch uns rin. Das war's. Oh, ich bin gespannt, ob heute Wautzies kommen. Äh, in Wolfform. Der würde heißen, richtig geiler Loot, aber auch sehr gefährlich. Vielleicht sollte ich hier auch noch mal ne Klappe, aber... Gut, wenn die jetzt bis hierhin durchreißen, dann hab ich ganz andere Probleme. Ja, doch. Da hab ik Angst. Dat könnte sein, dass ditte... Vielleicht piepmetzemäßig sich heute verabschieden tut. Tut entteten. Oh, vielleicht hätt ik doch mal zwei Pflastersteine herstellen sollen, wa? Ja, ham ja alle Zeit der Welt. Nichts. Aber ik tu trotzdem... Warum? Weil ik's kann. Also, ik mein, dass ik het kan. So, dann haben wir dit jetzt so hoch. Koffe, dass dit rechtzeitig fertig wird. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber... Ik hab's versucht. Letzten Sekunden, Alter. Dit sind mal die schwersten. Ja, wie ihr sagt, da oben dit is ja den Wurstpikmetze und so. Die uns denn in die Quere kommen können. Mehr ist denn hier drinnen. Mehr kann der Kabin nicht machen. Ich mach extra so ja die Tür zu, dass da nicht so auf die Idee kommen. Huh. Da ist ne Tür. Den müssen wir erstmal durch die Wand durchbrechen. Nee, dat wollen wir nicht. 20 Sekunden des Terrors. Ich hab hier immer noch Zufälle drinnen. Gut, wenn sie mir die Haxen brechen, dann ist eh Feierabend. Ik geh schon mal auf mein Platz. Und mach dit Licht an. Achso, dit is ja schon an. Äh. Nee, war so, als ob ich da auch nicht an hatte. Nö. Naja, jut, wa? Dann muss die Helm... Ey, dat is ja fast Januscht. Ja, jut, ik hab die ganze Zeit immer mit der rumhantiert. Jetzt weiß ich auch, warum dit so extrem hell ist. Hier se... Das muss ich noch verbessern. Ik wies, dit is nicht nötig, aber jetzt doch schon irgendwie. Dit is mein Käfig. Das ist meiner. So, die letzten 8 Sekunden. Ik warte die letzten 8 Sekunden. Hallo. Ab nach oben, Kabin. Jetzt aber. Jabba, jabba. Mach dit Ding an. Ik wünsch euch viel Spaß. Ik hoffe, dass ik den haben werde. Also ik geh mal davon aus. Aber erstmal müssen sie ja durchkommen, wa? Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das ist so erregend, ist dit. Es geht los! Es hat begonnen! Jetzt will ich die Quarte vergessen ab. Ik wollte dit nachregeln. Aber zum Glück kan ik dit bei OBS machen. Übersteuern tut dit ook nicht. Aber für mich ist dit jetzt janschön... ...hardcore. Oder ik nehmt einfach meine Tastatur und rege dit ein bisschen runter. Ja, dit kan ik hochtun. Man muss nur wollen. Ah ja, so gefällt mir dit. Und die Säcke, die Pozeln da unten. Und Luben lassen so hoch da. So, das ist ein Blaumann. Äh, sie, Blaumann. Und da ist ein Blaumann Richtung Polymanzei. Und der muss ganz schnell weg. Nein, dit ist sie. Dit war die falsche Knüfte. Die ist nicht für ihn gedacht gewesen. Na? Schnitzelein? Hey, 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 hey. Der Kotzt wird erschossen. Also wenn ich nen Treffer... Nur ik ne Weile warten, wa? Naja, man sieht sie, man zetet mal. Wie mir ist er da tischt da? Achso, da unten sind ja auch noch Klingen. Da muss er ja auch nochmal durch. Haha. Ich hab dich gesehen. Dein Collision hab ich auch gesehen. Na, 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 na. Nee, so schnell, ja. Und gar nicht explodieren. Na, der ist da unten explodiert, wa? Ja, gut. Wie sagt ihr, dit ja von hier oben nach unten. Die Verkabelung. Alles gut, alles gut. Tja, was los? Kein durchkommen, wa? Oh, der tut mir aber leid. Aber auch kein runterfallen, wa? Sag mal, wie sieht's denn eigentlich hier aus? Der Mixer funktioniert. Alter, später vielleicht, äh, wenn Dämonition oder so kommen, alter, wenn die mal explodieren, alter, und die Fall darin nennen ist aber auch... Dann hab ich auch Spaß. Dann stecken wir in einer Haut. Hihi. Ich seh' nichts. Hey, 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 hey. Ja, ja, wird man hier nie so aufdringlich, ja? Also... Kennen sie doch ja auch nicht. Selten, bitte. Und außerdem schickt man erstmal Blumen, ja? Oder ihm teilt ne Emoji von Blumen. Keine Ahnung. So. Wie sieht der Verschleiß aus? Oh, er ist... Uiuiuiuiui, ist er. Er ist ganz schön verschleißmäßig. Ich lobe, ich geh mal schnell nochmal runter. Jetzt schreit nach neuer Munition. Munition, sagt er. Haha. Ja, Juka. Ist nur die Frage für welche. Bin schon wieder da. Alle Dude, kommen sie hoch. Alle Tier. Hier oben spielt die Musik genau. Geh mal schnell ganz nach oben. Die werden den Weg schon finden. Na ihrs? Oh, das geht aber noch. Lalalalalalong. Ding Dong. Oh, die kommen aber trotzdem, wie ihr sagt. Weil das ja der beste Weg ist nach mir, ne? Also... Das funktioniert. Es funktioniert. Ist ja mal wunderbar. Halt, stopp. Sie kotzen hier nicht. Und vielleicht sollte ich da hinten noch ein paar Türmchen oder so bauen, dass sie gleich aus dem Spiel rausgenommen werden. So ungefähr. Hey, der Witzka. Was ist denn hier los? Mann, ich hab mich gerade so schnell gedreht. Ich hab gerade die Orientierung fast verloren. Die waren aber eben schnell durch. Habt ihr das gesehen? Volle Möhre, wa? Ach, wer kotzt denn jetzt schon wieder? Das ist so ein Kotzen, ist das doch. Ach, der da. Sicher ist sicher. Safety first. Oh, sind schon eh in Sphere, wa? Jetzt wär nur cool, wie bei den anderen gewissen Spielen, dass man hier was hinstellen kann, dass die automatisch geladen werden. Das wäre cool. Jut, man kann ja die Stackgröße erhöhen. Vielleicht zieht das noch in Betracht, weil, wie gesagt, das zieht mir zu. Also, ich hab keine Lust, hier alle futzlang nachzuschauen, ob das nachgefüllt ist oder nicht. Alter, wir haben es noch nicht mal 12 Uhr. Darf ich das nochmal kurz erwähnen? Nur mal so nebenbei. Ich weiß, das ist nicht so wichtig, aber irgendwie denn doch schon. Oh, ich hab ein Level gekriegt. Freut sich meine Munition. Dum, bum, 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 bum. Gesehen. Gleich mal ins Loch zurückgeschoben, aus dem du herkommst. So rum. Alter, der wurde gleich weggezaubert. Tolle Möhre. Ich hab ihn entzaubert. Schön, dass ich die Karre in dir sammelt hab. Hatte ich eigentlich noch vorher gehabt. Jetzt weiß ich, was ich vergessen hab. Na ja. Ach so, das ist ja vorne. Stimmt ja, da ist ja auch noch eine Klinge. Dann und seit, wa? Ja gut, jetzt ist es eh durch. Nee, unter uns. Die hab ich ja ernst vergessen. Die existieren ja auch noch. Konnte ich die vergessen. Jetzt ist sie da drinnen. Na ja. Kommen sie rum. Da kommt er. Gleich ist er da. Da ist er. Kotzenderweise zwei Stück gleich. Drei. Die übertreiben das aber jetzt auch wieder, wa? Drei. Ich hab mich der Voluminösigkeit. Na. Der ist schon mal entzaubert. Wie sieht's hier aus? Alles noch schniegert. Ich guck das schon mal nach drinnen. Was stimmt nicht mit euch? Ich hab's ja extra so gemacht, weißt du? Dass die da schön gemixt werden. Aber eigentlich... Tja, eigentlich... Eigentlich nicht. Ja, vielleicht hat in der Anfang Zeit gut funktioniert. Müssen wir uns bald was neu einfallen lassen. Der Nächste. Ja, irgendwas. Ich glaube, das ist wirklich, weil hier jetzt ein Hohlraum drin ist. Also ist das nicht so eine gute Idee. Also muss ich mir da was überlegen. Ist zwar jetzt nur noch ruhig, aber lass da mal hier so ein Dämonischen drin. So, Spaß. Naja. Hätte ja funktionieren können. Wo ist er jetzt ja? Wer kotzt? Wo bist du? Dreck, Herr Kotzer, du. Du kotzt niemals mir wieder jemanden an mit einem M16 in der Hand. Wo ist der? Ne, ist bloß ein voluminöser. Und der Nächste drinne. Ja, wie gesagt, machen wir zu. Das machen wir dann den Nächsten zu. Dann stellen wir die woanders hin. Ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. So, äh, da. Ich glaube, der ist weg. So, der ist jetzt auch weg. Der ist jetzt auch weg. Echt jetzt? Jetzt meldest du dich? Die ganze Zeit war funkenstille? Guck mal jetzt. Der ist weg. Ja, der ist tot. Die mögen jetzt ja alle, die hier unten drin, oder? Ja, gut, wie ihr sagt. Ich hätte ja auch gerne nur noch einen Chock da drin geschmissen, aber hast ja da nie drin. Der ist zusammengefaltet worden. Ja, gut, wa? Schön chillig. Jetzt sind die Schubiller da drin. Eigentlich auch gut, wa? Könnte man daraus was machen. wenn sie wollen. Oh, der hätte vielleicht da vorne hinsetzen, so. Das war nicht davor machen. Aber dann würden sich durchbrüllen. das ist auch nicht gut. Ich habe gerade so eine Idee gehabt. Ich sehe nie, ob die so gut umsetzbar ist. Die sehe ich nicht. Weiß nun noch. Ach, was ist denn nun los? kommen die denn jetzt auf immer klecker weise? So ist nicht geplant. jetzt hat der Anfang so in die Augen wie es hinhauen sollte. Vielleicht zu krass. na? die ganzen Spikes wären noch nicht mehr richtig angekratzt, weil die schon vorher alle platt gemacht wären. Diese Munition sparen, Wie sieht es denn eigentlich aus? gleich mal nachkicken gegen Munition. Was sagst du? Ah. Ah, da könnte will er was. Dat war hart. Sagen sie mal, ich hab ja zu spät. vielleicht sollt das nächste mal 9mm herstellen. Ich glaube, das nächste war herstellen. 9mm, das hört sich ganz gut an. na, 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 na. Ich will auch ein paar Punkte machen. Hey, was ist denn? Das gefällt mir nicht so ganz. Entschuldigung, ich hab hier schon wieder so'n kleine Vieh. Keine Ahnung, ich hab nachgekriegt, ich hab ja nix. Alles, was so gesund ist, wird gleich sofort vernichtet. Also, in meinem Mund drin, mein Dick, ne? Stimmt nicht, einen Pfirsich müsste ich nur haben. Aber die sind frisch. Da kommt Willaena. Ist das ein Dicker? Ist das? Muss ich denn hin? Spür, ich hab ihn gehört. Da ist er doch. Warte, 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 warte. Wer kotzt denn hier? Er hat gekotzt. Wenn ich dich erwische. Schwedienkreuz. Mein Fehler. Ah, ich weiß nicht. Wie gesagt. Das muss ich ändern. Weil, wie gesagt, bei den anderen funktioniert ja auch. Sonst würden sie ja da nicht rumrennen, sonst würden sie ja gleich die Tür nehmen. Wisst ihr? Das muss da ran gehen. Was will ich denn schon mal hin? Schön die Bienen weggezogen. Ah. So. Weg von meiner Karre. Schon wieder. Ja, das ist genau diese Ecke immer. Das gefällt den Karre nicht. Genau. Weg machen. Immer schön weg machen. Ah, siehst du, zack, boom, ist der Ecke gleich drin. Und verstoppt alles. Den kann ich jetzt nicht platt machen, weil der dazwischen hängt. Und gleich, wenn er verstopft wird. So. Ah, da muss ich den Vila. Das bringt mir nichts. Zumachen. Ich weiß nicht. Mit der. Na ja, gut. Der positive ist eben halt, die springen jetzt immer rum, ne? Also die machen das nicht kaputt. Also die versuchen das, aber die kriegen sie nicht so schnell kaputt. Hast du genug Zeit, um die wegzuschießen? Oh, wir alle. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der jetzt auch unten ins Loch hin? Jupp. Alle wollen sie da hin. Ach, wer wies schon, warum. Sehr komisch. Aber das ist erst, seitdem, äh, die Dinger da drin sind, ne? Seitdem wir tiefer gesetzt haben. Ja, seht ihr? Ja, gut. Lässt sich auch ganz leicht kontrollieren, wa? Ich muss da immer bloß drin halten. Da ist der Nächste. Könnt ihr euch noch erinnern, wo ich letztes Mal gesagt hab, hier so, äh, dass man Rind brühen muss? Das ist die, äh, leichte Variante davon. Dumm. Ohre? Tatsache. Mann. Jut, die Treppe ist nicht so 100-prozentig. Hätte man besser machen können. Jut, die müssen eigentlich noch die Schütztürme in diese Richtung, dass die auch da lang schießen können. Oh, jetzt gehen sie wieder da lang. Also ein paar laufen da vorne, also... Aber so weit die, die den Weg da lang kennen, so zack, rums, gehen sie da drin. Wahrscheinlich je nachdem, wo ich stehe. Oh, jetzt laufen sie nämlich wieder da lang. Jut, dann bleib ich hier stehen. Wenn sie es wollen, dann bleib ich hier stehen. Höh, bin da leer. Das muss man nicht verstehen. Einfach nur hinnehmen. Sind ja bloß noch zwei Minuten. Die schaffen wir auch. Das schaffen wir auch noch. Vielleicht reicht das auch, wenn wir das da und da komplett zumachen. Also, ganz normal will er machen. Weil die suchen ja trotzdem einen Weg dahin und nicht durch die Wand. Jedenfalls sollte es so sein, oder? Ich glaube, das werden wir schon rausnehmen. Oh, das Ding fängt ja schon an zu eiern. Mensch, da war ja noch was. Das war natürlich ein Kabin. Oh, da unten! Schieß die Tee runter! Mehr oder weniger. Ach, das, 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 das fuchst mich ein bisschen. Mach mich fuchsteufelswild. Warte mal. Geh mal kurz kicken. An die Tür ran. Also, rein theoretisch. Geh mal kicken. Es funktioniert. Das Problem ist eben halt dass die jetzt in das Loch hingefallen sind. Nochmal zeigen mäßig hat das funktioniert. Hm. Ja, gut. Wisst ihr, wie das aussehen tut? Kennt ihr diese Mixer hier, wo man Stampfkartoffeln machen tut, um die, äh, Kartoffeln rin zu pressen? So ungefähr. Vielleicht könnte man das ja auch noch irgendwie anders nutzen, dass sie mal hin und her springen müssen. Was ja auch leichtes Spiel. Weil so lange sie springen, machen sie nicht kaputt. Ach, übrigens. Ja, das ehene Ding ist kaputt. Werde ich wohl auseinandergesprengt haben. Mit meinen Krawooms. Na ja. Ein paar Sekunden. Die kriegen wir schon hin. Hä? Hat auch was. Die Frage ist, ob man das auch hier nutzen könnte. Vielleicht in der Mitte. Da, wo jetzt die Spikes sind, hier so eine Dingerin. Könnte was sein, ne? Weil durchfallen würden sie ja trotzdem. Aber die würden das als, äh, Weg-Argenten erkennen. Das wäre eine Überlegung wert. Fiala. Einfach durchziehen. Die wollen jetzt alle da lang. Das hat es so nicht geplant. Und übrigens, da vorne das Ding ist so rausgefallen. Also, die Messerfallen vorne funktionieren schon mal nicht. Was komisch ist, weil die ist ja eigentlich da angeschlossen. Na? Spät haben wir denn? Ach, ist ja schon vier Uhr. Äh, drei Uhr. Haben wir heute gleich geschafft? Oh, gut. Die werden auch noch ein bisschen gefordert. Ach so, deswegen ballern die nicht mehr rum, weil da ist nichts mehr drin zum Rumballern. Mal warten sie mal. Dann ändern wir mal ein paar Sachen. Aber wenn, denn sollen sie auch was zu tun kreieren hier. So. Ich wundere mir, warum es so ruhig ist. Bis man ja nie wohnt. Na, habe ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn. So, wie es aussehen tut, kriegen wir wieder keinen Wolf. Gut, bei der Situation, wie sieht man hier, ob das, ob das ist so ja ganz gut. So. Aber wie ich sage, man kriegt alle. Also, ist jetzt nicht so, dass die sich verstecken können, da unten drin. Na ja. Ach so, da. Habe ich nie gesehen. Sorry, tut mir leid, du Zombie, du. Alter, wir haben die Horde vor der Horde geschafft. Wir sind eben halt gut. Ich mache mal kurz mein Inventar leer. Es war ja einfach. Also, 9 Millimeter ist das neue, was wir brauchen. Erstmal. Würde alles sollte ich nicht rausschmeißen, ne? Weil es doch mal so eh nah vorbeikommen will oder so. Ich mache mal alles aus. Na, das ging ja gut. Wie gesagt, bis auf das hier, also das wird rausgebaut und zugemacht. Hier vorne. Loot warmen. Könnte man dazu sagen. Gut, aber rankommt man an den Loot hoch. Ja, wie gesagt. Nehmen wir den auseinander und dann ist es nicht gut. Und dann wird das wieder zugemacht. Erst wackelt hat Luft. So, machen wir das. Tja. Guck mal, die ist kaputt und hat die dann eben halt nicht mehr versorgen können. Na? Ich komme jetzt da nicht mehr ran. Ich habe jetzt auch nichts. Ah ja, hört. Ich weiß. Aber ich sage einfach mal so. Ach, eh mal Loot. Ist nicht so schlimm. So, warte mal. Ich mache mal kurz hier durch. Ist ja bloß eh ein Buch. Furchtbar. Das haben wir denn auch. So, jetzt fehlt bloß noch die Game Stage. Und die machen wir mal schnell. Mal gucken, was da geblieben ist. Ehenswissig schon jetzt. So, technischerweise ist nicht dazu gekommen. Also. Wir sind jetzt in Level 79. Game Stage 128. Ihr killtet Zombies. 3304. Tode im Teil nicht dazugekommen. Mein Ping hat sie erhöht. Oh mein Gott. Naja. Also Leute. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Und wir sehen uns morgen wieder. Wenn wir den Shit da hinten, äh, da vorne zu machen. Also. Bis dann. Ich bin raus. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.